Die Feier war für mich sehr interessant und vor allem das Ambiente hat gepasst vor dem Ganzen. Ich finde das gehört sich einfach. Man hat jetzt dreieinhalb Jahre Lehre gehabt. Das gehört sich einfach, dass man zur Freisprechungsfeier kommt. Und es ist auch ein schönes Erlebnis, sage ich mal. Es ist eine sehr gelungene Veranstaltung, wie ich finde. Allein schon die Festrede auch von Herrn Brahat ist immer wieder ein Genuss. Steigerung bis zum Höhepunkt. Man sitzt auf dem Platz und denkt sich, oh Gott, jetzt ist es gleich soweit. Aber sehr schön gemacht. Es war eher eine Überraschung. Wir sehen, dass solche Veranstaltungen auch wieder gewollt sind. Wir haben durch den Besuch in ganz Schwaben steigende Zahlen und es wird wahrgenommen, wenn man für eine Leistung am Schluss dann auch belohnt und geehrt wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020